so guten morgen zusammen ihr wisst ja neuer tag neue shop wir haben ja gestern des bayern aufträge erledigt deshalb gab es halt auch kein live stream mit custom games dafür natürlich erstmal sorry irgendwo aber ihr wisst ja die aufgaben mache ich natürlich auch für euch res habe ich mich schon geholt in der lilan variante ultra nice skin wir haben gestern im live stream auch schon zwei leuten noch den skin besorgt weil es natürlich nicht ganz so einfach ist man kann sich ja gerne mal das video angucken wie ich den postkampf gemacht habe auf meinem kanal also zu bild dann würde ich sagen entgegen auch direkt rein in den shop denn ich habe schon gestern gesehen hier den money skin mit der anderen variante habe ich nämlich gestern schon erhalten und so sieht der skin halt noch besser aus also für 800 v bucks kann man da wirklich gar nicht meckern also wie gesagt wer den skin schon hatte hat die variante natürlich auch dabei bekommen hat sich gestern auch schon ein video zugemacht aber nicht hochgeladen weil ich mich erst um die aufgaben gekümmert habe in dem video schon sagt der skin kommt definitiv in den shop rein so was haben wir noch mit drin jetzt vorhin schon gesehen oktan ist wieder zurück auch ein sehr schönes emote grüße geht noch mal raus habe ich ja geschenkt bekommen so dann haben wir das weiteren die scharlach sei schwertel auch nicht schlecht auf jeden fall sind das halt welche die auf dem rücken sind und halt auch in der hand quasi immer sie verwendet in der hand wenn sie wieder weg steckt sorry auf dem rücken dann die spielzeugtrooper sind wieder da in drei verschiedenen stilen einmal grau einmal grün und einmal rot dann haben wir natürlich auch die menscheverriante davon und noch grüne grünen doch grünes plastik naja weiß graus plastik rotes plastik also die tarnung naja wer die braucht okay ist geschmacksache wissen wir so oktan hatten wir schon dann ist jetzt das graus fehler paket wieder mit im shop wie gesagt wenn jetzt noch nicht habt für 2300 v bucks habt ihr das komplette set mit dem skin passenden rücken access war die pickaxe und der kleider aber da sage ich auch wieder geschmackssache und denkt dann wenn ihr irgendwas kauft gern meinen credit code benutzen yt unterstrich familie grüße gehen da auch raus an jeden einzelnen der mich da support so dann haben wir kolbi noch im shop drin gestern habe ich noch wild gesucht wegen der aufgabe mir ist absolut nicht mehr eingefallen wo kolbi ist den gibt es in drei varianten einmal ganz normal wo ist denn hier der unterschied das ist doch ja kein unterschied oder soll das sein wenn der anfängt aufzupoppen ich glaube also doch ja ich glaube so ist der skin jedes mal mit dem killmast oder so dass dann die maiskörner aufpuppen so desweiteren ist die bies schützen mit drin sonnenspross wir kennen es ja wenn du das hast bist du ein schwitzer dann sauberer sieg das emote krübeln auch ein schönes im mod und wisst ist natürlich auch mit im shop so damit haben wir eigentlich alle neuen sachen durch dann ist nämlich noch das major laser paket komplett drin dann natürlich immer noch alle tik tok tänze und hier unten die drei pakete ich sage letzter lacher paket bleibt gefühlt für immer im shop drin dann gibt es heute in rette die welt hier in der 35 wie back zu holen wo genau kann ich nicht sagen weil die seite wo ich da immer nach gucke ist auch gerade am problem also mitten in der nacht wo eigentlich kaum einer von uns online ist ich bin gefühlt das halbe internet so dann würde ich sagen euch noch viel spaß beim leveln oder schönen arbeitstag und in dem sinne haut rein